einen wunderschönen guten abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen webinar eigenständig profitabel handelssysteme entwickeln mit dem ea generator und ja ich freue mich dass unser referent david warney wieder für uns die zeit gefunden hat heute abend mit fxz und algocamp da diese veranstaltung entsprechend zu machen und mein name ist nelson kardoso neto ich begrüße sie im namen von fx flat freue mich natürlich ebenso dass sie heute online live dabei sind und wie immer bevor ich den bildschirm dann tatsächlich übergehe müssen wir einmal kurz den risikohinweis besprechen denn dieses webinar dient nur zu schulungs- und informationszwecken unabhängig vom inhalt heute müssen sie wie immer ihre eigene entscheidung treffen und dürfen diese veranstaltung bitte nicht als handelserfehlung oder anlageberatung verstehen das ist sehr wichtig und bitte ich zu berücksichtigen und zu guter letzt gebe ich jetzt natürlich ab denn wir sind schon alle sehr gespannt wie der generator aussieht was er kann und das wird uns jetzt david vorstellen also viel erfolg und viel spaß vielen dank für eine einleitung und so jetzt sollte man bildschirm sehen oder schöne webseite jetzt perfekt danke dir ja von mir auch ein herzliches willkommen zum heutigen webinar ich habe heute wieder die ehre gemeinsam mit ihnen nächsten 60 minuten verbringen zu dürfen und wie gewohnt über unsere über unsere leidenschaft dem algotrading reden zu können ja mein name ist david warnei und ich bin gründer und geschäftsführer von der algocamp gmbh wir sind schon jahrelang partner von der fx weltbank und ja wir bringen eigentlich regelmäßig immer so die die aktuellen themen in die webinare rein und haben jetzt eigentlich eine ganz neue reihe damit aufgebaut weil bisher ging es halt darum generell um das thema algotrading wie kann ich automatisiert mit dem metatrader agieren worauf kommt das an wie finde ich das thema wo liegen die probleme wo sollten wir darauf achten um damit profitabel zu werden wir haben mein thema bewusst nicht so wirklich angesprochen oder groß mit drauf genommen und zwar war das halt die entwicklung von eigenen handelssystemen und zwar haben wir da einfach zwei komplexe themen wir haben zum einen das trading und wie komplex das ist das muss ich ihnen ja gar nicht erklären das kennen sie ja wahrscheinlich oder können sie selbst stundenlang von erzählen und zum anderen hätten wir halt die programmierung eine metatrader da programmieren wir ja in mql 4 oder 5 das ist ja die eigene programmiersprache das ist also eigentlich das schöne am metatrader auch was was das algotrading angeht dass wir da eine eigene sprache haben die integriert ist das heißt wir müssen jetzt nicht wie zum beispiel in der tbs oder anderen trading programm eine eigenständige eine eigenständige software entwickeln die sich dann andockt also dass wir an eine schnittstelle rangehen sondern metatrader ist es einfach traumhaft unsere systeme laufen direkt im metatrader und da gibt es auch eigentlich mal so gut wie keine probleme gerade beim metatrader 4 der gefühl gefühlt schon 50 jahre alt ist extrem stabil und der metatrader 5 inzwischen ja auch und deswegen war das war das ein thema programmierung und trading zusammenbringen das ist einfach da haben wir einfach zwei große baustellen deswegen haben wir nie groß wirklich webinare geführt zum thema programmieren haben auch keine wirklichen videokurse rausgebracht in dem bereich weil das einfach ein ja es ist ein eigenständiger beruf die programmierung und ich glaube gerade die die jetzt nicht den ganzen tag zeit haben und keine vollzeit trader sind es ist auch eine zeitfrage ob wir die zeit finden und uns damit wirklich beschäftigen wollen das war natürlich nicht so das könnte man natürlich auch denken dass wir sagen gut ja wir wollen ihnen das gar nicht beibringen weil wir lieber die die aufträge von ihnen haben möchten und damit wir das programmieren das ist ja eine dienstleistung die wir natürlich auch anbieten von eurocamp das heißt wir programmieren ja auch dieses thema für sie wenn sie sagen ich will mich damit gar nicht beschäftigen aber ich habe schon eine eine ganz genauer idee machen wir es natürlich auch aber das war gar nicht der grund und deswegen haben wir so die letzten jahre daran gearbeitet und haben ja ich sag mal so der ea generator wo ich auch direkt gleich reingehe und wir werden auch auf keiner folie unterwegs sein und eigentlich komplett im ea generator unterwegs sein entwickelt und zwar können wir damit einfach unsere systeme entwickeln testen bauen und direkt in den metastrader exportieren ohne auch nur eine zeile zu programmieren und das ist etwas wo wir spaß haben und wo wir wissen das können wir gerne an die trailer da draußen rausbringen weil das auch für jeden verständlich ist ohne erst stundenlang programmieren zu lernen darauf kommt es eigentlich an das heißt wir können eigenständig wirklich ohne einen programmierer an den systeme entwickeln sie testen sie sogar noch schneller testen als im metatrader das heißt wer schon mal backtest im metatrader durchgeführt hat der weiß das dauert ein bisschen oder mal ein bisschen länger das problem haben wir behoben das heißt wenn wir heute hier durch sind ist jeder fit genug um sich selbst ein selbst handelssysteme zu erstellen zu exportieren und dann im metatrader 4 oder 5 zu starten ganz wichtig auch natürlich also je nachdem wie was ihnen lieber ist kann sie natürlich nebenbei mitbauen oder aber sie können auch im nachhinein sich einen kostenlosen testzugang dazu erstellen einfach von unserer webseite algocamp.de haben wir hier oben bei produkte haben wir den ea generator und hier kann sich jeder der sich für interessiert einfach für fünf fünf tage einen testzugang erstellen da wird auch nicht nachgefragt nach irgendwelchen kreditkartendaten oder ähnliches also wirklich komplett risikolos wenn die fünf tage vorbei sind wird der account einfach deaktiviert da wird kein abo abgeschlossen über 50 jahre also relativ entspannt kann sich jeder erstellen wie gesagt fünf tage alles was wir heute machen alle funktionen die wir heute sehen die können sie da auch in ruhe selbst testen also das ist keine light version keine keine version die nach fünf minuten abläuft oder wo nur weiß ich zwei drei trades gemacht werden können die läuft fünf tage komplett mit allen funktionen wichtig ist natürlich im hintergrund achten wir ganz genau darauf dass es auch nicht ausgenutzt wird wir haben dann überlegt wie wir den testzugang gestalten gibt es eine light version gibt es eine abgespeckte version aber wir haben uns dafür entschieden dass da alle funktionen dabei sind dafür haben wir da ein bisschen genauer ein auge drauf also wenn plötzlich die der gesamte familienhaushalt nach und nach sich accounts erstellt zum testen dann wird das unterbunden oder zum glück wird das nicht so sehr ausgenutzt aber manchmal gibt es auch ein paar tester die den sinn der ich sag mal probefahrt ein bisschen falsch verstanden haben und am tag hunderte systeme erstellen dann werden die accounts natürlich auch früher deaktiviert aber da will ich ihnen gar keine angst machen das ist eher die ausnahme testen sie alle funktionen schauen sie sich das in ruhe an ob das was für sie ist dafür ist ja die quasi die digitale probefahrt auch gemacht und nicht um damit erst mal um die halbe welt zu reisen und nach 5000 kilometern festzustellen brauche ich doch nicht perfekt ich würde sagen dann gehen wir einfach mal direkt rein also den account den können sich auch noch nachher in ruhe erstellen oder jetzt gleich oder wann auch immer gar keinen zwang das wird auch noch nächste woche verfügbar sein was ist eigentlich der generator was können wir damit machen für wen ist das geeignet was bringt es mir was bringt es mir nicht was kann es und natürlich auch interessant was kann es nicht ganz grob gesagt kann man mit dem generator also expertweise generator im browser wie gesagt ohne auch nur eine zeile zu programmieren handelssystem erstellen das heißt wenn wir eine idee haben also wenn ich vielleicht im chart gemerkt habe okay irgendwie wenn der kurs den der der kurs den durchschnitt kreuzt und der art er so und so steht dann steigt der kurs irgendwie immer und gefühlt mache ich da immer gewinnen so und ich weiß aber gar nicht bringt es mir eigentlich was oder ist das nur so seit zwei wochen das ist zufällig mal funktioniert aber über jahre gar nicht funktioniert das können wir hier wunderbar mit einfach einfach mal testen also einfach eingeben komplett mit der maus ohne auch nur eine zeile zu programmieren was können wir noch damit machen wenn ich also sage ich habe ich habe absolut gar keine idee ich weiß nur ich habe gerne den atr ich habe gerne den macd oder irgendwelche indikatoren da kann ich das die dem generator quasi einfach nur zu werfen und sagen generator ich habe total lust den gold zu handeln das gold zu handeln gerne auf stundenbasis mit gewissen indikatoren aber probiere gerne mal durch ich brauche ein bisschen inspiration kein problem wir können bestehende strategien auch optimieren wir können analysen durchführen wir können auto sample test durchführen wir können ganze portfolios auch erstellen ganz wichtig das heißt eine strategie schön mehrere strategien in einem portfolio ist noch schöner unendlich viele funktionen wie gesagt also sehr sehr schwierig alles in circa 60 minuten zu erklären aber ziel für mich ist es heute auf jeden fall dass ihr heute alle funktionen grob kennen und danach im nachgang ganz in ruhe wissen wo sie klicken müssen wo sie was finden um das ganze nachzubauen oder nachzuarbeiten ansonsten zu den fragen da jetzt die ersten fragen auch schon reinkommen stellen sie die ruhig gerne zwischendrin ich schaue immer mal rauf und wenn die frage gerade passt dann nehme ich die gerne mit rein wenn ich weiß das thema kommt später nehme ich es später mit ran und ansonsten haben wir wie gewohnt am ende noch mal ein paar minuten um dann alle fragen zu klären die erste frage ist schon sehr sehr top eine ganz gute frage und zwar gibt es gibt der generator auch den quellcode aus oder nur die ex4 datei genau sie bekommen den kompletten quellcode auch mit das heißt sie können wenn sie zum beispiel mit dem ea generator an grenzen kommen also der ea generator kann jetzt nicht den den super trend deluxe indikator 1 2 3 von und max mustermann integrieren also irgendwo gibt es auch grenzen das kann es nicht alles wenn sie zum beispiel sagen ich möchte das exportieren und möchte dann selbst noch ein bisschen basteln oder ich möchte einfach den quellcode für mich haben um für die zukunft damit was auch immer zu machen genau so den quellcode bekommen sie bekommen den ganzen quellcode und natürlich auch die ausführbare datei mit dazu gut dann würde ich sagen machen wir erstmal die ersten klicks und ich glaube nach den ersten klicks merken wir schon die ersten stärken von dem e-generator also wir sind hier so um ich würde sagen im herzen des e-generators das ist die stelle wo wir unsere strategie zusammen klicken können und ich mache einfach mal also ich würde hier oben einfach mal auswählen ich möchte gerne ja welches asset nehme ich heute gerne immer mal den den beliebten klassiker den euro dollar sagt ich möchte auf stunden unterwegs sein also die zeit und derweil erkennen wir ja aus dem metatrader gibt hier ein paar eigenschaften mit an wo ich jetzt einfach mal grob sage eigentlich egal aber damit so eine kleine orientierung haben ich möchte ja ich möchte 0,5 flots handeln 0,5 flots ich möchte long und short gehen oder möchte ich nur eine long only strategie haben was ist wenn wenn ich gegensignale bekomme möchte ich die ignorieren oder möchte ich dann die position drehen ich sage ich möchte sie gerne drehen möchte ich den stop loss nutzen natürlich wir sind ja alle keine zocker sondern wir sagen ja ich möchte unbedingt ein stop loss fixiert oder nach laufend bleiben wir einfach mal beim fixierten stop loss wir geben den stop loss grob an 100 pips klingt gut und wir sagen auch wir nehmen 150 pips wie gesagt alles nur ein test also ich werde jetzt hier nicht krampfhaft versuchen was profitables rauszuholen das geht einfach nur um die funktionen gewinnmitnahme tp wollen wir einen wollen wir einen nicht und ich sage einfach mal ja nein nehmen wir nicht wir wollen die gewinne nicht begrenzen und ich sage erst mal akzeptieren damit ist jetzt noch nichts groß passiert sondern wir haben erst mal nur die groben eigenschaften oder die groben rahmenbedingungen eingestellt und jetzt geht es an die bedingungen und jetzt sage ich hier ich möchte eine einstiegsregel hinzufügen wieder auch alles mit der maus müssen nichts programmieren und dann nehme ich hier haben wir eine große auswahl indikatoren also ich nehme einfach mal auch hier unseren beliebten klassiker in den durchschnitt und ich kann dann ich sag mal einzelne events einstellen also wann soll dann soll das system agieren oder besser gesagt und ich sage jetzt hier der die kerze werden hier stunden kennt kerzen eingestellt die kerze soll über dem durchschnitt eröffnen welchen durchschritt möchte ich immer den ema wie soll kalkuliert werden also die ganzen einstellungen die sie auch im metatrader haben einfach eine 10 ein klicke auf akzeptieren und hätte es schon so was wir jetzt gar nicht bemerkt haben das sieht das hier relativ unschön aus ist dass er direkt mit jeder eingabe den backtest auch schon durchführt und wir sehen hier rechts den kontostand das ist bei dieser dieser müllstrategie dieser teststrategie natürlich nicht profitabel aber wir sehen hier sofort er testet das ganze ich mache es noch mal ich stelle es noch mal so ein dass wir vielleicht ein besseres da gibt es an der seite sehen oder generell sehen dass das passiert jetzt haben wir es gesehen zum beispiel also ich ändere einfach nur die berechnungsmethode von ema auf sma und mit einem klick ist der backtest auch schon durchgeführt und zwar nicht nur von heute sondern wir haben hier die daten worum wir uns auch nicht kümmern müssen das heißt die daten werden auch im hintergrund automatisch gepflegt wir haben jetzt hier euro s dollar stunden kerzen und zwar von 2007 an bis ja heute 14 uhr das heißt gar nicht so alt die daten die werden immer alle paar stunden automatisch gepflegt das heißt wir haben wenn wir das mal im mediatrader uns vorstellen dass wir da den backtester starten eine strategie die über 15 jahre im backtest läuft ich glaube die würde vielleicht am ende des webinars fertig sein und das ist so eine große nervige sache bei der strategieentwicklung im mediatrader es ist sehr sehr lange dauert und hier haben wir es in ich würde nahezu sagen echtzeit eine sekunde haben wir den test hier von 2007 an bis heute halt und das ist halt das schöne da macht das arbeiten oder die entwicklung von den strategien auch viel viel mehr spaß ich passe es nochmal an ich sag die periode will ich nicht 100 ich will 150 die aus dem feld raus und wir haben sofort das ergebnis kann auch hier einzeln durch klicken und mit jedem klick also wirklich in sekundenschnelle ist der test durch das ganze kann ich auch erweitern also ich will natürlich nicht nur diese einfache strategie haben sondern ich sage der balken soll über dem sma öffnen und dazu nehme ich von mir aus noch den rsi ich möchte dass der rsi über der signallinie liegt welche periode nehme ich 52 ich kann ja immer nach rechts gucken ok sieht es nicht so gut aus ich nehme die signallinie 40 ok ja einigermaßen passt gefällt mir nehme ich mir drauf wann möchte ich aussteigen das gleiche spiel hier nochmal ich nehme als ausstieg einfach den adx und sage wenn der adx fällt auch periode 50 dann möchte ich hier gerne raus gehen das ist mein exit so ich möchte den exit noch erweitern nehme ich noch einen anderen indikator dazu könnte ich eine exit zeit angeben dass ich ein paar sage zu einer gewissen uhrzeit soll er immer raus gehen ich könnte aber auch sagen ich nehme noch einen anderen indikator von mir aus nochmal den sma oder ich nehme den die bollinger bänder und stelle hier ein wo was passieren soll also wir können das unendlich erweitern und das ganze sind immer und bedingungen das heißt wenn ich jetzt hier oben bei den einstiegen zum beispiel habe der sma also die bedingung soll erfüllt sein und der rsi als bedingung da müssen beide erfüllt sein das heißt wir können das relativ stark filtern und irgendwann haben wir dann 5 6 4 2 kriterien die erfüllt sein müssen damit der trade eingeht und das gleiche wird auch automatisch gedreht für die shortseite das heißt wir haben hier noch einen zweiten tab für einstiege verkaufen also für die shorts und da muss das ganze genau andersrum sein das heißt beim einstieg ist zum beispiel eine bedingung dass der rsi über der signallinie ist und bei den shorts haben wir es automatisch andersrum dann muss es unter der signallinie sein so und das ganze können wir auch natürlich auch von den zeitung dabei einfach durchtesten wenn ich sage h1 okay sieht jetzt interessant aus gucke ich mal auf m30 haben wir das ergebnis auch gefühlt in zwei, drei sekunden wie ist es auf h4 okay interessant auf tageskerzen okay interessant wie gesagt es geht hier nicht um darum jetzt krampfhaft die die charts profitabel zu haben darum geht es gar nicht wir erschrecken wenn wir wirklich so wahllos die sachen schon ins profitabel drücken geht hier eher um die funktion und das ganze können wir natürlich auch bei den assets wir haben ja hier assets die sind relativ also wir haben die beliebtesten assets eingespielt viele die ja die hauptwährungspaare edelmetalle indizes wir haben auch viele coins mit drin wenn assets hier nicht vorhanden sind also sie haben vielleicht exotischere werte ist es kein problem sie können auch eigene assets hinzufügen wenn sie sagen sie trauen den daten nicht oder sie möchten nochmal mit ihrem broker daten testen auch kein problem die daten können sie hier auch importieren aber da können wir später nochmal zu ähm da gibt es nochmal extra funktionen für die auch mindestens genauso einfach sind wie das was wir bisher gemacht haben so ich gehe mal kurz auf die fragen ein hier kommen einige rein das freut mich natürlich ähm macht der generator mt4 oder mt5 beides das ist das schöne also eine funktion die ich gerne mal dazu zeige wenn wir jetzt sagen perfekt ich bin damit fertig ich möchte das jetzt für den metatrader 4 oder 5 haben dann klicke ich hier oben und sage exportieren für den metatrader 4 oder metatrader 5 klicke hier auf und wir sehen wir haben die datei runtergeladen für den metatrader 5 ein klick die datei ist fertig also wir müssen nur noch den metatrader öffnen die datei reinpacken und fertig also es ist relativ einfacher geht es eigentlich nicht also vielleicht fehlt noch die diktierfunktion dass wir es nur noch sprechen und zu umsetzen aber ähm genau es ist für beides also wir haben ja keinen aufwand wir müssen das nicht nochmal neu bauen für den fünfer sondern 4 und 5 wir wissen mal beides sofort verfügbar ähm die funktion für den automatischen durchlauf ähm das gibt es auch also wir können jetzt auch das ist eine funktion zu der wir gleich noch kommen wenn ich jetzt zum beispiel sage durchschnitt was ist jetzt der beste 150 160 200 ähm das geht zum glück hier einfach also schnell und einfach schneller als metatrader aber auch das können wir automatisiert umsetzen lassen dabei kommen wir gleich nochmal zu vorweg um die frage zu beantworten wo werden die historischen daten hergeholt wir haben hier die daten ähm das sind tickdaten die hier herangezogen werden und das sind die daten von das sind so die ich sag mal die besten kostenlosen daten aus dem internet von von ducascopy die kann man sich kostenlos herunterladen die beziehen wir hier ähm aber wie gesagt sie haben auch die da die möglichkeit in eigene daten noch einzuspielen was was zum teil auch sinn macht wenn sie zum beispiel sagen sie möchten gerne ähm weil es da natürlich immer unterschiede gibt einfach die daten von von fxp zum beispiel einspielen dann können sie die daten auch aus dem metatrader laden und hier hochladen das ist auch relativ vereinfacht hierfür gibt es auch einen eigenen ich sag mal einen kleinen ea den man sich herunterladen kann den würde man dann in seinen metatrader schieben vier oder fünf und dann generiert er automatisch eine datei mit den historischen daten und die müssen sie dann hier nur noch hochladen und der ea übernimmt quasi die arbeit dass ähm die daten genau in dem format sind wie wir sie brauchen somit haben sie eigentlich die beste voraussetzung oder grundlage dass sie halt wirklich mit den daten von ihrem broker in diesem fall halt fxp dann auch die test durchführen können und das kannst du dann in den generator einstellen sie können sagen ich möchte jetzt hier meine ähm meine ducascopy daten haben das sind die daten die wir pflegen oder sie sagen sie möchten ihre eigenen daten haben und dann können sie die natürlich auch nutzen so geht es auch mit kerzeninformationen ähm kerzenformationen nein geht nicht genau also das hat das ganze hat natürlich grenzen ja es gibt viele beliebte indikatoren die hier noch nicht drin sind ähm informationen haben wir aktuell auch nicht drin ähm wir haben ja ich würde sagen die beliebtesten indikatoren wir haben so standardfilter wie zeitfilter dass wir sagen wir möchten zu einer gewissen uhrzeit rein oder raus gehen ähm großbewegungen das sind drin aber groß kerzenformationen die haben wir hier aktuell nicht drin so genau das ist eine sehr sehr gute frage was ist der nachzeit zu einer direkten programmierung mhm die grenzen also das möchte ich natürlich heute auch betonen ich möchte gar nicht sagen dass das ähm system den programmierer arbeitslos macht sondern das ganze hat einfach es muss einfach grenzen haben weil wir sonst niemals die die mitte finden würden damit ähm damit es einfach bleibt und schnell bleibt ähm wenn wir es selbst programmieren haben wir natürlich das problem mit der zeit der backtester im mediatrailer ist nicht der schnellste und schon gar nicht der mediatrailer 4 ähm natürlich wenn wir es selbst programmieren und das können dann gibt es keine grenzen dann können wir auch ähm die wetterdaten aus dem internet abgreifen und danach handeln wir können jeden indikator nehmen wir können nach allem möglichen suchen es gibt keine grenzen wenn wir es selbst programmieren und wenn wir den EA generator nutzen dann müssen wir nichts machen also wir können funktionen nehmen die schon tausendfach quasi getestet wurden ähm müssen nicht programmieren deswegen würde ich sagen ist der nachteil dass es hier natürlich einfach grenzen gibt also ich glaube unser äh unser thermomixer der kann zu hause auch nicht alles kochen sondern da muss man auch abstriche machen und so würde ich das ja auch so ein bisschen vergleichen mit dass wir einfach grenzen haben das sind so die nachteile gegenüber der der programmierung genau der code der am ende raus kommt ist genauso wie in der manuellen programmierung ähm da gibt es keine unterschiede das heißt sie können theoretisch wenn sie selbst programmieren können können sie ihn sofort lesen oder sie können mit dem code der am ende raus geht auch zu einem programmierer gehen der wird das verstehen der würde daran arbeiten können das ist alles ordentlich benannt ähm von den funktionen die variablen also im quellcode ist alles sauber benannt da gibt es keine nachteile das ist das ist sauber damit kann jeder umgehen und der mediatrailer versteht das so wie es halt auch ähm ja verstehen soll gut dann gehen wir weiter in die funktionen damit wir auch nichts verpassen von den großen funktionen eine frage kam mir noch und zwar wie sieht es aus mit den ich würde sagen mit dem mit dem automatischen durchlaufen von funktionen wir haben wenn man bei den strategien jetzt genau das ist so der bereich wo wir sagen ich habe eine konkrete idee das möchte ich jetzt mal testen wie wäre der nächste schritt wir können natürlich sofort sagen perfekt exportieren trading geht los oder aber wir gehen noch einen schritt weiter und sagen wir möchten das noch ein bisschen optimieren weil ich möchte jetzt nicht hier vorne ständig sitzen und sagen 150 ok oder 51 ok ah das war besser das ist schlechter das ist besser geht auch einfacher dafür haben wir alles automatisiert dann können wir in den nächsten tab gehen und wir können hier sagen lieber e-generator bleiben wir jetzt bei diesem beispiel ich möchte nicht manuell durchgehen teste einfach mal bitte wie sieht das aus wenn du den wert von 130 bis maximal 170 testest beim stop loss haben wir zum beispiel angegeben 150 ist das gut ist das schlecht weiß ich nicht teste bitte mal durch und das mit allen möglichen parametern die periode vom sma also die tiefe shiften das gleiche beim rsi das gleiche beim adx teste es einfach mal durch ich möchte es nicht manuell machen klicke ich hier einfach auf start warten wir zwei drei sekunden er hat jetzt alles mögliche durchgetestet in allen kombinationen er hat uns ein besseres ergebnis rausgeliefert als das was wir selbst eingestellt haben wir sehen auch hier rechts hier oben sofort die steigerung wie gesagt sind alles nur testdaten ob das jetzt eine profitabel strategie ist für die nächsten 100 jahren soll gar nicht thema sein aber wir sehen hier rechts sofort die änderung er hat mit seinen änderungen mit seinen optimierungen nochmal knapp 6000 euro mehr raus geholt er macht damit durchschnittlich am tag 1 euro 10 mehr gewinnen der maximale verlust ist kleiner geworden das verhältnis gewinn und verlust ist besser geworden und er trailt ein bisschen mehr hat er zwölf mehr trades durchgeführt wir sehen dann hier auch rechts seine werte also wir sehen hier okay er hat den stop loss auf 164 gesetzt die periode beim sma ist glaube ich gleich geblieben 140 okay ein bisschen kleiner geworden wir sehen also hier seine werte und können jetzt sagen gefällt mir oder gefällt mir nicht ich würde jetzt hier auf akzeptieren klicken und zack ist das jetzt unsere aktuelle strategie die wir jetzt hier vorne im editor auch drin haben wo ich jetzt rauf gehe und er hat die werte automatisch übernommen wir sehen hier den neuen stop loss und 164 und das können wir mit allen möglichen kombinationen machen weil das auch eine frage war wir können das relativ komplex gestalten also wir können auch noch eine weitere hinzufügen ich glaube wir haben das limitiert auf acht auf acht filter das heißt wir können acht kombinationen bei den ein- und ausstiegen hinzufügen also wir können ja schon relativ komplexere sachen zusammen bauen die alle gültig sein müssen gut also der bereich wir haben eine konkrete idee der bereich wir möchten das ganze ein bisschen optimieren und mal gucken ob wir noch was besseres rausholen können jetzt haben wir das ganze für den euro dollar getestet tageskerze jetzt natürlich frage wie sie das eigentlich aus mit anderen märkten ich glaube wenn man so manuell oder wann wenn man manuell handelt oder das manuell programmiert dann ist man immer so auf ein zwei märkte versteift weil das ja schon relativ viel zeit frisst wir können auch einfach weitergehen und sagen wir gehen auf den reiter weitere märkte und können das hier nochmal automatisch durchtesten lassen mit nehmen wir jetzt den australischen österreichischen neuseeland dollar euro australischen und sagen einfach mal ich teste jetzt mal diese durch klicke ich auch einfach nur auf start und dann sehen wir hier rechts die anderen märkte oben der euro dollar chart unten das sehen wir hier an den farben an den zahlen vorne die kombinationen die alle von den anderen märkten sind so wir können auch sagen ich will jetzt aber bei dem euro dollar bleiben und will jetzt nur die anderen zeiten und da weiter durchtesten kann ich auch sagen d1 h4 h1 löscht dann raus und will einfach mal gucken wie läuft das generell mit dem euro dollar sehe ich hier okay da ist meine tages kerze oder meine tages kennels sind sie die bessere variante für aber so können wir relativ einfach und auch extrem schnell herausfinden funktioniert meine strategie auch mit anderen märkten wir können ja noch ein paar märkte zufügen und das ganze einfach durchtesten und durchlaufen lassen und wählen hier noch ein paar aus die uns gefallen ich klicke wieder auf start und das sind keine zeiten das sind zwei sekunden dann haben wir die ergebnisse hier raus so ich blicke nochmal auf die auf die fragen wir haben hier relativ viele fragen das freut mich sehr sehr da müssen wir hinterher kommen gucke ich nochmal rauf was jetzt rein kam kann man die bedingung auch oder verknüpfen nein die bedingung die wir hier haben sind immer nur unverknüpfungen das heißt alle müssen erfüllt sein die nächste frage kann ich handelsgebühren einrechnen lassen ja dann machen wir einen kleinen kleinen ausflug in den reiter für die daten und die werkzeuge hier können wir relativ viel noch einstellen dazu wenn wir zum beispiel sagen mein broker hat aber einen höheren split mein broker nimmt andere andere gebühren können wir es auch einstellen also wir haben hier den reiter daten und werkzeuge da geht es ein bisschen um die tiefe wo wir sagen wir möchten doch mal ein bisschen genauer unterwegs sein und noch mal was einstellen da ist die handelzeiten oder jetzt konkret bei den bei den symboleinstellungen können wir hier auch die sachen noch anpassen wenn ich also sage euro dollar ein sped von jetzt einem pip das ist mir zu wenig ich möchte da aber bitte 20 haben also zwei ganze pips oder drei ganze pips oder ich muss die swaps gebühren anpassen oder um jetzt auf die genaue frage zu antworten möchte gebühren und kommissionen reinrechnen kein problem dann kann ich mir einfach die kommission einstellen und sagen was auch immer am besten nehme ich die daten von meinem broker dann von der fix wird trage das ein und dann wird es auch mit berücksichtigt also eigentlich alles mit drin was wir brauchen statistik zeigen ja kommen wir gleich zu ist eine sehr schöne sache die statistik dazu auch noch zu sehen genau schnittstelle zu excel haben wir hier eine schnittstelle zu excel haben wir hier nicht ich glaube der metatrader hat noch eine excel schnittstelle aber das kann ich leider gar nichts zu sagen so index möglich ja auf jeden fall also wie gesagt wir haben hier nicht alle daten drin ja wir haben eine große auswahl aber wenn jetzt zum beispiel nehmen wir an morgen gibt es bei fx bett 9 neues asset zu handeln was wir noch nicht bei uns drum haben das ist gar kein problem wir können sich auch ein eigenes symbol erstellen in den metatrader gucken was unter die gebühren was ist da das bett tragen das ja einladen die daten hoch und dann geht der test auch schon los so ihr backtesting ist wirklich super schnell meine hochhaltung ja vielen vielen dank dafür das ist glaube wer wie gesagt welch mal gebacktestet hat im metatrader wird wissen dass das gefühlt lebensjahre erspart wenn wir hier mit arbeiten dann gehen wir weiter zur nächsten großen funktion wir haben noch so viele große funktionen hier ich will auch nur alles grob anreißen damit sie im nachhinein wissen wo sich hier was schönes noch versteckt jetzt gibt noch eine andere situation ich würde sagen situationen ich habe gar keine vorstellung also ich habe keine konkrete idee keine strategie alles funktioniert nicht so wirklich alles gefällt mir nicht so ganz ich weiß nicht genau was ich handeln soll dann können wir auch dem ihr generator noch mehr arbeit abnehmen lassen sowas bestelle ich ja ich sage ich möchte handeln bei unserem klassiker euro dollar stundenkerzen mag ich ich gibt ein paar strategie eigenschaften an mehr mache ich gar nicht ich sage einfach nur positionsgröße 0,2 lot auf 0,1 lot damit das der kontostand reicht ich will long und short gehen stop loss ja unbedingt immer verwenden mindest stop loss max stop loss ein bisschen mehr der kleine auch ein bisschen größer nicht ständig ausgestoppt werden tp ja kannst du verwenden musst du aber nicht dann gehe ich in die strategie einstellungen und sag wie viele einstiege sollst du maximal für den einstieg verwenden indikatoren und mehr sechs für den ausstieg nehmen wir vier und jetzt wie viel zeit möchte ich im ganzen geben ich will jetzt nur zwei minuten ist relativ wenig wir sollten müssen mehr nehmen damit auch was sinnvolles rauskommt aber es geht jetzt nicht darum profitabel zu werden mit der heutigen strategie und ich klicke aber nur auf start und wir sehen jetzt nebenbei dass sie ein bisschen was passiert was machte jetzt er hat jetzt in den zehn sekunden schon 200 verschiedene kombinationen durchgerechnet das heißt wir haben nur so ein bisschen was hingeworfen eine grobe vorstellung geben also wir haben ihn quasi gesagt ich möchte ein auto haben vier reifen farbe egal soll mindestens 100 km h fahren und vier sitze und er versucht jetzt mit dem mittel oder mit den informationen die hat das beste auto quasi für uns so zu bauen und das macht er hier testet die kombination durch nimmt die indikatoren baut andere filter ein prüft die ganzen indikatoreinstellungen bis jetzt beim sma zum beispiel die tiefe das shiften oder auch bei die signallinie vom macd und so weiter und er hat ja jetzt knapp eine minuten vorbei schon 1700 berechnungen durchgeführt und er versucht jetzt die besten dann herauszufinden er spuckt sie uns auch gleich aus wir können sie alle angucken und hier geht es gar nicht dabei oder darum dass er jetzt uns die eine strategie ausspuckt sondern zur sammlung anbieten dass wir danach schauen können was ist so das passende für uns also die einen sagen für mich zählt einfach nur der absolute profit der drawdown 100 prozent war ist mir egal andere sagen ich möchte möglich viel schrägen damit dass die aussagekraft haben es relativ verschiedene vorstellungen wenn sie noch 20 sekunden dann ist das ganze durch dann kommen wir auch zu dem punkt der sehr spannend ist das sind die die auswertungen die wir ja das ist im mediatrader wenn wir backtest exportieren ja auch nicht so schön also die behaupten schad wir haben vielleicht noch eine klima meter 25 ja im film sieht das schon ein bisschen besser aus wir haben da so ein paar andere diagramme aber es geht auch viel 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 schöner so wir sind jetzt durch zwei minuten ist vorbei er hat 3800 strategien durch getestet das ist so hier wo er seiner meinung nach die beste strategie von hat aber wie gehen sie oben in reiter sammlungen und jetzt sehen wir hier die ganzen strategien die er generiert hat also wir können sie durchgehen wir haben rechts immer so ein paar ja grobe fakten wo wir sehen was bei einer reingewinn profit anzahl der trades durch scrollen und sagen okay das ist interessant 900 trades da steckt schon mal ein bisschen was dahinter als nur fünf oder zehn trades sieht schön aus kann ich jetzt zu meinem portfolio hinzufügen ist auch eine nächste funktion die wir noch haben oder aber ich lade mir direkt die datei runter ich sag super möchte ich für den meter 24 möchte ich für die meter 25 direkt der export ist da wir können direkt damit starten das gefällt mir würde ich auch hinzufügen gefällt mir möchte ich auch hinzufügen und das können wir hier auf die ganzen einzelnen seiten auch durchgehen wir können das manuell durchgehen oder aber wie sollte es ja anders sein wir können auch noch filter hinzufügen wo ich sage ich möchte mindestens mindestens will ich ja schon 500 euro verdient haben ich will ja nicht so viel schwellen also mehr als 1500 soll nicht sein will ich noch andere filter haben minimaler gewinn pro tag können wir alles hinzufügen damit wir nicht die 100 seiten durchgehen und uns einstellung heraus suchen so jetzt habe ich eben auf das plus hinzu geklickt also wir können natürlich bevor wir den schritt machen kann ich mir auch einfach eine strategie an klicken also ich gehe jetzt ich nehme mir mal war diese ich klicke hier rauf und dann komme ich in das in das erste fenster wo wir am anfang waren wo wir unsere strategie zusammengebaut haben und jetzt sehen wir auch eigentlich extrem transparent was steckt nicht dahinter welche indikatoren nutzt er für den einstieg welche indikatoren nutzer für den ausstieg ich kann mir auch angucken wie sind die eingestellt so da wird nichts verheimlicht welches volumen handelst du wo ist dann tpsl wie ist das eingestellt also wir können auch jetzt hier selbst wieder daran arbeiten wenn ich sage mach den indikator mag ich aber nicht so den nämlich raus oder da muss unbedingt noch mein geliebter durchschluss rein dann können wir sie einfach noch bearbeiten oder haben wir schon gemacht einfach exportieren so bevor wir auf diese portfolio funktion kommen gehen wir mal zu den auswählungen also ist natürlich schön zu sehen okay diagramm sieht gut aus aber wenn ich darauf klicke dann kommen wir zu dem ich sag mal zu dem berichtsreiter wo wir noch ein bisschen mehr informationen haben natürlich jetzt hier oben das diagramm also kontoverlauf ein bisschen größer wie ist long short verhältnis wie ist das jordan zwischenzeitlich wie ist die stagnation in tagen und wir haben hier noch mal also ich würde sagen mindestens alle kennzahlen die wir auch im metatrader im statement immer haben also reingewinn gewinnfaktor verhältnisse stagnation gewinnverlust wie lange sind die trades in tagen investiert ein und ausstieg nach wochentagen also ich habe alles was man sich für irgendwie wünscht gerade dieses diagramm finde ich sehr schön oder diese tabelle besser gesagt so zu sehen dass es profitabel ist ist natürlich schön aber hier unten sehen wir doch einfach mal wie ist das so aufgeteilt auf die monate gab es da irgendwie jahre wo wir nichts verdient haben wir sehen hier sofort okay 2019 war kein gewinn 2008 war kein gewinn das aktuelle jahr gewinnen letztes jahr gewinnen da wissen wir schon mal okay corona und kriegszeiten ist für diese strategie ist nicht so schlimm wir sehen auch es gibt ein paar monate wo gar nicht gehandelt wird also nehme ich mir jetzt einfach an weil wir da absolut null gewinn und verloren haben zwei monate lang habe ich informationen die ich sofort sehen möchte oder die die wichtig sind für eine entscheidung also ich würde mich nicht immer nur auf diesen auf die absolute zahl von konzentrieren gewinnen ja perfekt nämlich kann man machen aber jetzt nicht so der fan davon wir sehen auch hier wir können auch den markt historisch durchgehen das was wir im metatrader am backtesten ja nur sehen wenn wir den visuellen backtest starten aber wenn wir den starten dann brauchen wir ganz ganz viel zeit wir können also hier auch einfach nach hinten durchgehen wir sehen wo waren die trails wie standen die filter die wir aktiv haben also ich glaube mehr kann man gar nicht mehr darstellen als 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 hier würde ich sagen wir ganz genau mit der maus rauf gehen und sehen dann gut sind dann hier unten ich kann sie mit dem haus nicht runter aber sehen dann jeweiligen werte datum uhrzeit kurs wo waren indikatoren genau auf den preis genau kontos an chart hatten wir ja und wenn es auch noch möchte wir haben es ja mieter schweller dann möchten wir das auch nicht hier vermissen ist natürlich jeden einzelnen trade können wir uns dann auch noch mal hier angucken das dazu also von analyse her werden wir nichts vermissen wir werden alles mindestens haben was wir auch im metatrader haben nur hier noch mal ein bisschen ausführlicher und schöner würde ich persönlich sagen und jetzt kommen wir zur portfolio funktion als wir hier bei den sammlungen waren habe ich ab und zu auf das plus geklickt von strategien die mir gefallen jetzt haben wir hier oben noch eine 3 bei portfolio weil ich hier drei hinzugefügt habe und da kommen wir zur ganz schönen funktion aber vorher werfe ich noch mal einen blick auf die frage box da haben wir noch einiges so wo waren wir zuletzt da hat der programmierte ja dann auch parameter die man ändern kann oder ist alles ohne parameter direkt im quellcode ja genau sie können später auch alles im metatrader anpassen so wie man es kennt wenn man einen ea anwendet auf uns schaut dann gibt es den reiter eigenschaften wo man jetzt möchte das volumen einstellt da können wir auch alle parameter einstellen die wir jetzt hier gerade zusammengestellt haben also wenn ich jetzt beispielsweise diese strategie hier exportiere immer metatrader dann kann ich auch im metatrader einstellen dass die adx periode nicht auf 15 sondern auf 14 oder 16 ist also ich muss nicht jedes mal das ganze hier neu exportieren sondern wir können auch ohne zu programmieren ohne wieder in den generator zu gehen einfach die sachen direkt im metatrad ändern also auch da relativ angenehm und entspannt kann man den quellcode auch schützen und mit copyright versehen ja können sie also von unserer seite aus gibt es da gar keine beschränkungen sondern sie sagen sie möchten das ganze vermarkten verkaufen vermieten oder wie auch immer schützen lassen können sie das natürlich machen also wir haben da keine sie haben alle rechte bekommen alle rechte von uns und sie können damit machen und tun lassen was sie möchten wenn sie dann lizenzsystem reinbauen möchten können sie das auch machen also wie gesagt hier gibt es gar keine sperrungen alles das transparent alle funktionen sind einsehbar da können sie ja alles mitmachen auf welchem hardware läuft das ganze dass es so schnell ist genau also es läuft es wird nicht ausgelagert auf dem computer zu hause sondern hintergrund steht eine sehr sehr große server farm wo die berechnung ausgelagert wird das heißt sie können auch zu hause einen relativ leistungsarm im pc haben windows mac ist dabei auch völlig egal können auch auf dem ipad im wohnzimmer auf dem sofa sitzen und das ganze bedienen die berechnung wird bei uns auf dem server ausgelagert deswegen ist es so extrem schnell auch wie gesagt wenn ihr pc zu hause nicht der schnellste oder modernste ist und so funktioniert das ganze deswegen sind wir es ist von so eine kritische sache mit dem mit den testzugängen wo wir sagen fünf tage testen sie gerne alles in ruhe aber wenn wir sehen dass wir hier dass sich jemand 100 strategien am tag generiert was fernab einer normalen probefahrt ist dann müssen wir auch eingreifen aber genau was die daten noch angeht das ist auch eine sehr beliebte frage die berechnung wird zwar bei uns auf den servern ausgelagert aber die daten wenn sie jetzt zum beispiel ein bisschen sorge haben um ihre geheimstrategien die werden nicht auf dem server gespeichert sondern bei ihnen im browser cache das heißt ich kann jetzt das ganze hier schließen kommen morgen wieder ins büro macht den ergenerator wieder auf und hätte dann alle meine einstellungen noch also ich habe jetzt hier meine sammlung die ich generiert habe noch meine strategie und so die habe ich alle noch hier aber die sind nicht auf unserem server gespeichert das heißt wenn ich jetzt quasi nach hause gehe nach dem webinar da mein computer starte dann ist es da nicht gespeichert vor und nachteil kann man so oder so sehen wir sagen einfach wir möchten die daten dann nicht auf unserem server haben sondern liegen jetzt an ihrem browser das schöne ist aber so kann er jetzt nicht nur exportieren also ich sage jetzt das hier ist mein die strategie will ich jetzt nachher zu hause weiter bearbeiten da kann ich sie natürlich exportieren haben wir jetzt schon ein paar mal gemacht und dann kann ich die aber auch später einfach wieder importieren das ist gar kein problem dann füge ich die einfach wieder rein also ich lade dann genau diese datei hier wieder hoch und dann habe ich hier wieder alles und kann dran weiter arbeiten baue ein bisschen weiter rum exportiere die wieder packt ihr in meine cloud oder sonst wo rein deswegen also die berechnung damit er so extrem schnell ist wird auf unsere große server farm ausgelagert aber die ganzen daten also das was wir einstellen so weiter das liegt bei ihnen im browser im cache so das heißt daten liegen bei ihnen und die arbeit wird bei uns gemacht eigentlich optimal die nächste frage kann man auch programmieren dass nur gehandelt wird wenn das bett an einer bestimmten größenordnung liegt sie machen wahrscheinlich dass wenn zum beispiel jetzt ein signal auftritt und das bett überdurchschnittlich groß ist dass der trader nicht eingegangen wird quasi dass wir den max wird eintragen das kann der jäger oder nicht einstellen das kann im quellcode natürlich mal angepasst werden das sind das sind in der regel zwei zahlen die man anpassen muss also ist immer schwierig zu sagen wenn wir sagen so ein bisschen programmieren schon mal gehört oder ich traue mich da ein bisschen rumzubasteln dann ist das wirklich dann kann man sich das ergoogeln das ist eine kleinigkeit anzupassen aber die der jäger nach selbst da kann diese funktion nicht einbauen wie sind die kondition nach der testphase sehr gute frage ganz kurz bevor wir auf das portfolio eingehen wir haben ja hier auch genauer camp.de oben auf produkte jäger generator wo wir noch mal eine kleine vorstellung haben und auch den testzugang haben gibt es unten zwei pakete wir haben wir den jahreszugang das heißt ein jahr zugang mit allen funktionen kostet man 797 euro oder wir möchten die lifetime lizenz haben das heißt einmal bezahlen und dann hunderttausende jays generieren ein leben lang kostet dann 1690 euro wenn sie kunde bei fx wird sind dann gibt es hier noch mal fünf prozent für sie der gutschein code ist auch der webseite von fx wird versteckt unter trading partner haben wir hier i will camp und hier gibt es noch mal den gutschein code fx wird unterstrich camp 5 müssen aber bei der bestellung angeben und dann bekommen sie hier auch fünf prozent auf egal welches paket sie wählen auf jahreszugang oder auf die lifetime lizenz bei dem jahreszugang ist es so da haben wir auch fairerweise gesagt wenn sie sich für entscheiden und das drei jahre am stück dann gebucht haben dann schalten wir es automatisch um auf eine lifetime lizenz weil das wir dann irgendwann nicht mehr fair wenn sie dann schon das dreifache oder doppelte von von der lifetime lizenz quasi bezahlt hat also relativ fair für mich ist das gestellt so dann haben wir die große portfolio funktion die noch auf uns wartet mordekarlo kommen wir auch noch gleich darauf zu sprechen portfolio also ich hatte ja drei strategien hinzugefügt also auf das plus ja dreimal plus geklickt habe ich ein portfolio nehmen wir an ich habe jetzt drei systeme die mir gefallen wo ich sage die die möchte ich live traden dann können wir entweder alle drei einzeln exportieren wir können sie einzeln anwenden das heißt ich habe immer mehr das würde dann dreimal den euro dollar chart jeweils auf stundenkernlitz und würde dann drei jährlich laufen lassen kann man machen ist gar kein problem spricht nichts dagegen denken wir vielleicht mal ein bisschen größer und wir haben dann irgendwann 15 jährlich dann müssen wir 15 charts aufhaben und alle einzeln kontrollieren ist ist natürlich auch ein luxusproblem ich meine 15 strategien manuell zu traden ist noch viel anstrengender als 15 roboter zu zu beaufsichtigen aber wir haben hier eine ganz schöne sache dass wir diese diese dieses portfolio auch nochmal backtesten können das heißt wir haben hier drei einzelne strategien gerade gehabt die ich in meinem portfolio hinzugefügt habe und wir sehen hier sofort eine portfolio performance das heißt die kombination von drei strategien gerade die sieht so aus und das sieht schon mal viel schöner aus als jede einzelne strategie so welche war es ich glaube das war die wir hinzugefügt haben die die wir hinzugefügt haben und ich glaube die die sind einzeln schon gut aus aber wir haben immer so phasen wo wir schon mal einen drawdown haben der nervig ist auszusitzen wir haben auch mal phasen die dann schon mal eine durchstrecke bedeuten aber wenn wir das portfolio uns ansehen sieht das schon sehr angenehm aus wir haben natürlich auch eine stagnation aber alles gar nicht mehr so stark also ist alles auf wenigen minuten ausgelegt wir haben jetzt hier schon eine ein schönes portfolio wo ich sofort sagen würde die strategien passen zueinander also es ist nicht so dass die verlustphase von allen drei ist im gleichen moment liegt also dann wollen wir es bringt uns ja nichts drei vier fünf systeme in einem portfolio zu haben die sich wo die extremen punkte nur verstärkt werden wir möchten ja eigentlich weg von dem heute zehn prozent morgen minus fünf prozent dann wieder plus 20 prozent wir wollen es ja so ein bisschen glättung oder ruhe in unser portfolio einbringen und das machen wir hier auf jeden fall mit mit diesen drei systemen wir haben also sofort einen gemeinsamen backtest was es im meter schweiler fünf zum beispiel meter schweiler generell zum beispiel nicht gibt also wir können nicht mehrere systeme miteinander kombiniert und einen gemeinschaftlichen portfolio backtest bekommen dafür müssen wir uns dann ich glaube da ja ich glaube es gibt ein paar tools die man sich kaufen kann wo man dann die backtest hoch lädt um so einen gemeinschaftlichen chart raus zu bekommen aber hier ist das einfach mit mit wenigen klicks auch schon erledigt so sehen hier die kennzahlen sehen wie das ganze zusammen aussieht können auch das portfolio noch mal mit anderen werten testen also wie funktioniert das mit dem euro japanischen jen können wir hier das noch mal durch berechnen wir können das auf andere zeiten dabei testen oder wie sagen wir bleiben aber jetzt hier beim euro dollar und dann kommen auch schon zur nächsten funktion können wir auch sagen dass wir ein portfolio exportieren wollen ich mache das mal für den vierer wir bekommen ein EA raus in diesem ein EA stecken alle drei strategien das heißt wir müssen im metatrader 4 oder 5 ist dann egal nur einen EA aktivieren wo all diese drei strategien dann drin sind wie gesagt wenn wir dann ein bisschen größer denken und wir nehmen hier noch eine schlechte strategie mit rein soll ja nicht unbedingt schön aussehen jetzt haben wir schon mal fünf stücke drin Portfolio sieht man ein bisschen anders aus wenn ich jetzt exportiere habe ich halt fünf strategien in meinem Portfolio wir sparen uns einfach ein bisschen aufwarten also wie gesagt wird irgendwann ein bisschen unübersichtlich vielleicht wir haben dann halt die wahl zu sagen okay ich möchte ein Portfolio oder wir sagen einfach nur gut danke für die Information ich möchte einfach nur mal sehen wie läuft das gemeinschaftlich ich möchte dann trotzdem meine einzelnen strategien einzeln exportieren und am Metatrader laufen lassen ist natürlich auch wirklich eine geschmackssache aber was ihnen auf jeden fall weiterhelfen wird ist einfach die Analyse von dem Portfolio hier gemeinschaftlich wir haben noch eine Frage gehabt zur Monte Carlo Simulation genau wir haben ja im Strategie natürlich noch weitere Funktionen die noch ein bisschen ich will nichts komplexer sagen hier ist eigentlich alles relativ einfach aber noch ein bisschen weiter so ins Detail geht für die die sagen die wir uns jetzt wirklich wissen und noch ein bisschen weiter testen bei der Monte Carlo Simulation geht es eigentlich darum ein bisschen ich sag mal ein bisschen die Strategie zu stressen also wir möchten ja möchten natürlich nicht nur schöne Charts hier haben sondern am Ende des Tages wollen wir damit ja auch Geld verdienen durch das Trading und wir können hier so ein bisschen das Ganze einfach mal stressen indem wir zum Beispiel sagen ich möchte mal dass das Spread nicht fest ist sondern einfach zufällig mal erhöht oder mal verringert wird ich möchte auch sagen ich möchte dass Position einfach mal zufällig geschossen werden ich möchte Positionseinstiege auch zufällig mal einfach auslassen also ich möchte einfach mal was nicht jeden zehnten einfach mal auslassen was hat das für ein Ziel wir möchten eigentlich mal ja wir möchten einfach so ein Robustheitstest durchführen wir möchten mal gucken im Live-Trading wird auch mal was passieren da wird mal unser PC ausgehen da wenn wir mal juckrige Finger haben und Position manuell schließen und wir möchten mal herausfinden bricht das ganze System dann zusammen das gleiche auch bei den Indikatoren was ist wenn der SMA mal kurz zickig ist und nicht den 20er SMA nimmt sondern den 21er SMA das können wir ja alles einzeln aktivieren oder deaktivieren dann klicke ich hier auf Start dann führt ein paar Tests durch dann sehen wir zum Beispiel wie robust ist das ganze sieht jetzt ein bisschen bunt aus vielleicht auch im Webinar nicht so gut zu erkennen aber jede einzelne Linie im Chart, jede einzelne Farbe ist eine unterschiedliche Simulation das heißt zum Beispiel beim roten sagen wir jetzt einfach mal wir haben jetzt einen zufälligen Spread wir nehmen mal ein Pip mal zwei Pips mal fünf Pips mal 0,01 Pip beim anderen werden einfach mal Trades ausgelassen und damit können wir halt erkennen wie robust ist das ganze für solche Anfälligkeiten das ist jetzt natürlich schon relativ dark weil wir ja alles mögliche provozieren wir können es natürlich auch ein bisschen softer angehen so wie dann auch die Realität ist und wir sagen gut der Spread ist durchaus mal zufällig der schwankt einfach mal je nachdem was gerade am Markt abgeht Positionen werden zufällig mal geschlossen kommt drauf an wie stark unsere Finger sind oder wie stark unsere Einstellung ist testen wir das da mal durch warten wir kurz dann haben wir diese Einstellungen was soll eigentlich bei dem Test rauskommen? im Idealfall sind alle neuen Analysen im Bereich der Originalgrafik also wir sehen ja in diesem Fall ist es so im Hintergrund versteckt sich die Originalgrafik die originale Performance und die Simulationen bewegen sich alle drum herum das heißt so viel übersetzt wie gut der Spread kann auch mal größer und kleiner werden wir können auch mal ab und zu Positionen ausversehen zufällig schließen weil wir Lust und Laune danach haben die Strategie kippt nicht würde das ganze anders aussehen wir haben ja den Härtefall gehabt wo wir einmal alles aktiviert haben wo eigentlich gar nichts mehr wirklich original ist wenn dann das Ergebnis so aussieht dass die Strategien wenn die Analysen alle komplett in die falsche Richtung laufen dann heißt das so viel wie in der Realität ist das System nicht so robust aber wie gesagt hier haben wir alles angeklickt was irgendwie passieren kann das ist aber für uns so eine Analyse Möglichkeit um so ein bisschen zu provozieren oder herauszufinden wie robust ist das Ganze darf das Spread auch mal zufällig sein oder bricht das ganze System dann weg so eine wichtige Sache noch bevor ich auf die letzten Fragen noch eingehe das ist ganz ganz wichtig wir haben hier egal wo wir unterwegs sind ob wir sagen EA Generator mach bitte für mich ich warte auf dich oder ob wir sagen wir basteln selbst wir optimieren wir haben die Zeit mittlerweile M1 bis D1 hier müssen wir immer ein bisschen aufpassen das ist kein EA Generator Problem sondern es ist einfach eine natürliche Sache wenn ich auf H1 unterwegs bin was bedeutet das so viel H1 nehmen wir H4 nehmen wir D1 oder auch M30 vielleicht auch M15 aber lassen wir M30 bis D1 mal als Beispiel nehmen dann wissen wir wir sind was die Kurse angeht nicht so anfällig wie soll ich das sagen bei H1 sind die Trades relativ lange offen wir haben eigentlich nur alle jede Stunde bei H4 alle vier Stunden berechnen die Indikatoren die Werte neu das heißt uns kommt es dann nicht so drauf an ob unser PC oder der Metatrader oder das Server oder die Verbindung zum Broker in Realtime ist wenn da mal eine Sekunde Verzögerung ist gar kein Problem wenn bei unserem Broker der Kurs mal ein bisschen später ankommt gar kein Problem wenn wir auf M1 unterwegs sind doch M5 und vielleicht auch noch M15 müssen wir immer aufpassen oder sehr sehr aufpassen das ist wie gesagt kein EA Generator Problem sondern generell ein Problem Trading Metatrader allgemeines Testproblem M1, M5, M15 Strategien sind relativ anfällig das heißt es kann nämlich sein dass wir jetzt stellen wir uns diese Performance mal andersrum vor dass sie ideal läuft wir denken wow wir haben den heiligen Graal gefunden wir lassen es dann im Metatrader laufen und da tradet die Strategie anders das heißt sie macht vielleicht Verluste obwohl wir hier Gewinne generiert haben sie lässt einfach Trades aus obwohl wir sie hier generiert haben woran liegt das? das liegt einfach daran dass wir hier alle 60 Sekunden neue Signale generieren und wir extrem extrem anfällig sind was Kursunterschiede angeht da gibt es gar kein schlecht oder gut nehmen wir jetzt FX-Wert nehmen wir jetzt Broker ABC wenn wir zur gleichen Uhrzeit auf den Kurs gucken dann sind die nicht zu 100% auf dem gleichen Preis und da gibt es kein schlecht oder kein besser von den beiden Seiten sondern da hängen viele Faktoren ab Serverzeit wo stehen die Server welche Kursdatenanbieter wo gehen die Trades hin tausend Faktoren spielen eine Rolle und es wird immer so sein nehmen wir 10 Broker als Vergleich dass der Kurs weiß nicht der DAX ist beim einen bei 14.000 beim anderen bei 14.005 beim anderen 14.001,5 jeder hat so einen anderen Preis so und wenn wir auf einmal eins unterwegs sind haben wir alle 60 Sekunden die Situation wo wir einen Unterschied haben und das führt dazu wie gesagt das ist kein EA Generator Problem sondern wir könnten auch eine Strategie in Metatrader 4 programmieren manuell und lassen die dann in 5 laufen wir hätten das gleiche Problem wir können auch manuell eine Strategie programmieren lassen die bei Broker A und bei 10 anderen Brokern laufen sie wird überall unterschiedlich laufen ich persönlich ja nur wir von AlgoCamp sind auf diesen kleinen Zeitinterweilen gar nicht unterwegs weil es einfach viel zu anfällig ist also wir sind erst ab M30 unterwegs auch bei M30 wird der Kurs unterschiedlich sein mal um einen Pip, einen Punkt oder einen halben Pip oder Punkt aber das ist hier egal weil wenn wir auf M30, H1, H4 oder Tageskerzen unterwegs sind ist es uns völlig egal ob der Kurs mal größer oder kleiner ist hier geht es um größere Trades hier sind wir nicht unterwegs um unsere 0,05 Pips aus dem Markt zu ziehen die so in Minutenkerzen mal überbleiben das noch eine ganz wichtige Sache so jetzt noch auf die Fragen da warten noch einige wie erlernt man den Generator? gibt es Videos, Handbücher, Bedingungsanleitungen und so weiter? noch nicht wir arbeiten daran dass wir alle die den EA Generator kaufen oder mieten den Zugang bekommen zu einer großen Lernbibliothek wo wir alles in Videos und auch in Schriftformen erklären wo wir Tipps geben, wo wir Tricks geben so wie jetzt zum Beispiel mit den Beispielen worauf man achten sollte wie man was bedient und so weiter das wird noch kommen das gibt es momentan leider noch nicht gibt es bei späteren Fragen zum Programm auch einen Support? ja, Sie können uns natürlich auch einfach per E-Mail kontaktieren mit unseren Fragen wir sind immer dafür da also wenn es Probleme gibt Fragen gibt es zur Bedienung gar kein Problem da helfen wir natürlich bei ja, genau das ist natürlich gar kein Problem gibt es den Zic-Zac-Indicator und Fibonacci? nein, die beiden Sachen sind noch die haben wir hier nicht dran die fehlen noch aber das nehmen wir gerne auf unsere Liste mit auf ist alles auch nicht in Stein gemeißelt wir haben da schon eine große Liste angefertigt Ideen oder Wünsche, die kommen die mehrfach kommen oder öfters kommen da sagen wir natürlich das wird dann eher umgesetzt oder wahrscheinlich auch umgesetzt in den nächsten Updates als sehr, sehr speziellen Funktionen die sich kaum jemand wünscht nein, wir müssen natürlich immer sagen das Ganze hat Grenzen das ist auch wichtig und richtig hätte es keine Grenzen und noch 50.000 andere Funktionen würden sich natürlich einige darüber freuen ich würde mich auch darüber freuen aber das würde auf die Geschwindigkeit gehen das würde das Ganze wieder ein bisschen zu komplex machen hier wollten wir eigentlich ich glaube wir haben es ganz gut geschafft die Mitte zu finden wo man sagt wir haben hier viele, viele Funktionen aber trotzdem muss man sich dann nicht tagelang oder wochenlang einarbeiten um damit einigermaßen zurecht zu kommen um das Ganze zu bedienen also die goldene Mitte zu finden dass wir hier ein wichtiger Punkt von uns genau ansonsten Fragen die noch kommen also wir haben ja wie gesagt die Testversion die ist da mit allen Funktionen also alles was jetzt hier gesehen haben wir wir haben hier nichts deaktiviert in der Funktion in der Testversion natürlich können Sie da alles mögliche durchprobieren auch gerne ausführlich durchprobieren die fünf Tage die gehören Ihnen das kostet nichts da wird nichts abgebucht da werden auch keine Kreditkartendaten oder ähnliches abgefragt sonst natürlich wenn noch Fragen kommen gerne gerne an uns schicken also gerne bei iGoCamp melden Sie können sich natürlich auch gerne bei fx-web melden wenn wenn Sie sich da lieber dann melden die Fragen werden oder so irgendwie den Weg zu uns finden und die Antworten finden den Weg auch andersrum wieder zu Ihnen zurück scheuen sich da nicht Fragen Sie uns gerne dass der die AI-Generator ist noch relativ frisch in unserem Portfolio im Januar diesen Jahres haben wir das ja aufgenommen und veröffentlicht das Feedback ist schon grandios es freut uns sehr sehr dass das so gut ankommt und wir werden auch noch weitere Webinare haben gemeinsam mit fx-web wo wir immer wieder gerne mit dem AI-Generator arbeiten und uns da weitere Funktionen ansehen vielleicht gehen wir auch mal auf planen wir ein paar Strategien die wir umsetzen schauen uns das vielleicht noch mal Metatrader an ich glaube von den Funktionen her haben wir hier auf jeden Fall genug Stoff für die für die nächsten Monate würde ich sagen Perfekt Nelson was sagst du dazu? Ja prima alles was noch hoffen geblieben ist hat David schon gesagt bitte gerne entweder direkt AlgoCamp kontaktieren oder auch gerne über uns leider ist die Zeit auch ein bisschen begrenzt hier in den Webinaren aber soll natürlich nichts unbeantwortet bleiben also nutzen sie gerne die Möglichkeit ansonsten ja vielleicht kannst du also David nochmal eure Kontaktseite mal zeigen wie man die erreichen kann oder euch genau einfach auf AlgoCamp.de und dann gehen wir hier oben auf Kontakt und dann je nachdem was dir lieber ist nutzen sie das Kontaktformular schreiben uns eine E-Mail oder wir haben auch können sie auch gerne bei WhatsApp schreiben je nachdem was dir lieber ist bei komplexeren Sachen natürlich immer lieber per E-Mail oder Kontaktformular ein bisschen übersichtlicher als bei WhatsApp aber genau hier ist der Weg zu uns perfekt ansonsten natürlich riesen Dankeschön für das große Interesse heute Abend dass sie wirklich sehr aktiv hier im Chat Fragen gestellt haben vielen Dank dafür wünsche heute noch und morgen noch viel Erfolg wenn sie handeln noch einen schönen Abend und dir natürlich lieber David auch vielen Dank für das Webinar ich freue mich schon auf das nächste Webinar mit dir zusammen und wie immer hast du das Schlusswort vielen Dank vielen Dank auch von meiner Seite freut mich sehr dass heute so viele Leute dabei waren so viele sich für das Thema interessieren freut mich sehr 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 das macht uns immer wieder Spaß wenn so viele Leute dabei sind die sich auch beteiligen und Fragen stellen in diesem Sinne danke an Nelson und FxPlatz für das gemeinsame Webinar heute danke an jeden einzelnen Teilnehmer der heute hier dabei war und ich freue mich natürlich sehr wenn ich den nächsten ihren Namen in der Liste der Teste wieder sehe der EA Generator Liste wieder sehe und sag nochmals vielen vielen Dank einen schönen Abend und passen sie auf ihre Position auf bis dann tschüss sehr gut tschüss tschüss Vielen Dank.